Die Sendung wurde live untertitelt Wenn Sie eine Strecke fahren könnten, wo man ein paar Sehenswürdigkeiten sieht, dann wäre ich dabei Na gut, das große Gebäude da links an der Ecke gehört am American Express Na sowas Guten Abend Sie sind nicht von hier, oder? Ich bin Dana Hätten Sie Lust, sich mit mir die Gegend anzusehen? Ich weiß ja noch nicht mal Ihren Namen Äh, Brigitte Keine Sorge, sie kommt bald wieder Und woher willst du das wissen? Na, weil ich es nun mal weiß Ich hab sie in Paris Mit einem anderen Mann gesehen Ihre Frau liebt sie Was hat denn Big Jim? Wohl sowas wie eine Depression Wir haben Bora Bora von ihm getrennt Jetzt denkt er, sie hätte ihn verlassen Und das hat ihn aus der Bahn geworfen Aber sie ist wieder da Alles ist wieder in Ordnung Bist du dir das sicher? Was war esika? FN Was war esika? Kann ich dir das nicht neu Was war esika? Was war esika?